Heute schon gelesen, nimmt sie mal wieder mit auf eine Reise. Kein Roadmovie, aber ein Roadbuch und zwar eins der ältesten der Welt, aber ganz anders. Andrea Makolongo nimmt sie mit auf die Reise der Argo. Gemeinsam mit den Argonauten machen wir uns auf, das goldene Vlies zu finden und nach Hause zu bringen, damit Jason den Thron besteigen kann. Mit seinen 50 Gefährten macht er sich tatsächlich auf den Weg, gebaut in einem Schiff, das das erste Mal von Menschenhand gebaut, mit göttlicher Beteiligung fertiggestellt wurde und dem man ganz einfach auch entsprechende Hoffnungen gegenüberbringt. Er macht sich auf auf eine Reise, die eigentlich von seinem Onkel als unschaffbar eingeschätzt wird, weil der möchte ja nicht haben, dass er zurückkommt. Aber diese 50 jungen Leute, Helden, Halbgötter, machen sich tatsächlich mit 50 Rudern in der Argo auf und reisen durch Europa. Nicht nur das goldene Vlies war Ziel, sondern jede einzelne Station wird was Spannendes. Die Geschichte ist ja allen bekannt, aber Andrea Makolongo greift sie jetzt neu auf, erzählt diese Argonautensage mit ihren eigenen Worten und verpflichtet darin unser aktuelles Leben. In jedem Kapitel, wenn sie etwas über die Argonauten schreibt, Bei jedem Abenteuer, das die Argonauten bestehen, gibt es dann auch Denkanstöße, die unser persönliches Leben betreffen und wo sie Parallelen legt in unsere heutige Gesellschaft. Und somit wird das nicht nur eine Neuerzählung der Argonautensaga, sondern überhaupt eine Erzählung über mehr Liebe und Mut. Und so hat sie auch diesen komplizierten Titel gewählt, Das Meer, die Liebe, der Mut zum Aufbrechen. Passend meiner Meinung nach. Und wenn sie sich aufmachen wollen durch das antike Europa und durch ihr modernes Ich und durch unsere moderne Welt, dann ist das eine gute Idee. Erschienen im Folio Verlag. Dazu passt vielleicht ein Buch, das die Globalisierung beschreibt, und zwar die Anfänge der Globalisierung. Und Valerie Hansen legt mit das Jahrtausend, als die Globalisierung begann, ein Buch zu diesem Thema vor. Da geht es um die Seidenstraße, um den Handel, um Gedanken- und Informationsaustausch im Jahrtausend. Und Sie werden sehen, so viel Neues gibt es heute auch nicht. Wir deuten es vielleicht nur anders und schicken es vielleicht noch zusätzlich durch digitale Datenströme. Aber ein spannendes Buch erschienen bei CH Peck. Und wenn Sie es geschichtlich mögen, aber doch mehr in Romanstruktur, dann empfehle ich Ihnen das aktuelle Buch von Ken Follett, King's Bridge, Der Morgen einer neuen Zeit. Ein historischer Roman, erschienen bei Lübbe, klassisch geschrieben wie einem Ken Follett, schöne Beschreibungen, gute Recherchen. Das kann ich Ihnen herzlich als Leseaufgabe geben. Und wenn Sie eins dieser drei Bücher gut finden, oder vielleicht alle drei, dann haben Sie sicher eine schöne Lesewoche. Und wenn Sie das drei Bücher gut finden, dann können Sie es nicht mehr, dass wir, als ich es nicht mehr als Leseaufgabe geben und Vielen Dank.